Wenn wir Zeit haben, wollen wir noch eine weitere Ehrung vornehmen und zwar haben wir da noch Leute aus dem Showbiz, aus dem Entertainment-Business, aus dem Kosovo, die da speziell angereist für die Veranstaltung. Wollen wir doch Regisseur und Schauspieler Extraordinaire in den Ringen bitten und zwar haben wir da Halim Budakova, das sind die Frau Merita Budakova und Schutzeri Schala, kommen wir doch schnell in den Ring. Sie sehen, das Deutsch ist nicht sehr mächtig, aber das ist Englisch und schon. Vielen Dank, dass du hier bist. Ein kleiner Geschenk für dich, für deine Ergebnisse. Vielen Dank, dass du hier presentiert bist. Ich hoffe, dass du es so gefällt. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.